Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde, äh, keine Ahnung wie das Spiel heißt, Block Party oder so. Ähm, wir spielen das Ganze auf dem Hive-Server, ja es gibt ein neues Minigame hier auf dem Hive-Server und zwar ist es, wie gesagt, Block Party und das ist meine allererste Runde. Und ich hab gar keinen Plan, um was es geht und ihr seht schon wie viele Premiums hier drin sind. Ähm, gerade erst rausgekommen und ich bin raus. Geh, geh. Ja, ich hab das Spiel auf jeden Fall verstanden. Ähm, oh, es hat gerade kurz gelegt. Ähm, es sieht so aus, achso, es wird ein Dingsmodfang gezeigt, eine, 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 eine Farbe und da muss man sich darauf stellen, oder wie? Äh, okay. Auf jeden Fall bin ich richtig gut daran, wie man es vielleicht gesehen hat und ich würde sagen, ich geh jetzt einfach mal hier Slash ab und geh in die nächste Runde. Ähm, oha, doch nicht so viel los, können wir da in die volle? Ja, okay, können wir. Oha, drei Mods, ja läuft bei mir. Ähm, also hier sind nochmal die bla bla bla, ähm, es ist bla bla bla, nochmal. Ein paar Sekunden, color bla 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 bla, okay, also man muss echt auf die Farbe gehen. Ähm, das ist, das ist ja sowas wie Reise nach Jerusalem irgendwie oder so. Also, ich glaub, wenn die Musik aufhört, dann muss man irgendwo drauf sein und man kann hier auch für den Song voten, hab ich gesehen. Ähm, ich hab hier gar keine Ahnung, wann ich nehm einfach mal Eclipse, weil Twilight ist, äh, ich wollt grad sagen, Twilight ist cool, aber irgendwas hab ich da verwechselt. Ähm, naja, auf jeden Fall, da hab ich jetzt für Eclipse gevotet, weil, keine Ahnung. Ähm, ja, keine Ahnung, um was geht's hier bei diesem Spiel, erklärt's mir. Also wahrscheinlich, wenn das Video hochgeladen ist, werdet ihr schon mehr darüber wissen als ich, aber in diesem Moment hab ich einfach keinen Plan von gar nichts. Ja, ich hab hier auch 0 Punkte, ja, nach einer Runde, ich bin Boss. So, ähm, ich guck jetzt mal, äh, was ist das hier? Ach, da muss ich jetzt draufstehen. Okay, man kommt, man kriegt's ins Inventar, auf welchem Platz man stehen muss. Ah, okay, langsam versteh ich das Spiel. Oh, ich hab zwei Tokens bekommen, ja geil. By the way, ich hab auch so einen Krümelmonster-Skin und, äh, ja, den hab ich von Mellow. Mellow hat mir so einen gemacht, ja, der ist voll krümelmonsterig. Ähm, ja, keine Ahnung, warum ich den drin hab, einfach so. Ähm, ja, okay, es läuft schon mal ganz gut, ich bin noch nicht tot. Äh, oh, wo ist diese Farbe? Da, äh, okay, gerade so. Ich find diesen Speedbus, den man hat, irgendwie total unnötig, dieses Speed 2. Weil irgendwie find ich das nicht so schön. Ähm, ich würd sagen, wir chillen einfach mal hier so in der Mitte. Und ja, das war ne gute Idee. Dann haben wir das, so. Ähm, ist überhaupt schon jemand gestorben? Also einer ist schon gestorben. Okay, es sind schon zwei oder so gestorben. So, ähm, boah, das ist kompliziert. Und, äh, orange. Achso, yellow ist das, also gelb, ja, okay. Ja, ein bisschen Englisch kann ich sogar auch. Ähm, ich weiß nicht, ob ich davon mehr machen soll, weil irgendwie ist das Spiel ziemlich langweilig. Also ich glaub, nur mit ein paar Kumpels wäre das ganz witzig. Ähm, aber, ja, keine Ahnung. Ich hab's jetzt zum ersten Mal gespielt. Das ist, die erste Runde war ja richtig skilly, habt ihr ja gesehen. Die zweite Runde geht jetzt bisher auch eigentlich. Ähm, es wird wahrscheinlich die letzte Runde sein, weil ich kann nicht so lange aufnehmen, denn... Nein, 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 nein. Oh Gott, war das knapp. Und einfach alle raus. Oh mein Gott, ich lebe noch. Ich fühl mich grad richtig gut. Ja, ich bin so gut in dem Spiel. Oh nein, wieder rot, rot, rot. Wo ist rot? Nein, da hinten ist rot und ich bin tot. Nein. Ach man. Naja, ähm, ich weiß nicht, wie lange nehm ich ihn schon auf. Wahrscheinlich erst zwei Minuten oder so. Dann würd ich sagen, gehen wir nochmal ganz schnell in noch ne Runde. Weil ich hab nur noch 8 GB mit Speicher frei und das muss ja alles noch hinhauen. Ähm, und ihr seht schon, ich kann da einfach nirgendwo reinjohnen, weil das alles so hier voll ist. Ich kann euch das hier mal zeigen. Guckt euch das an. Hier, das ist... Das geht ja gar nicht. Ähm, naja, ich würde sagen... Nein, das kann's auch noch nicht gewesen sein. Ich kann doch jetzt noch nicht das Spiel zu Ende lassen sein. Keine Ahnung. Oder das Video vielmehr. Ach, 8 GB. Wie viel kann ich damit aufnehmen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaub, so 10 Minuten oder so dürfte es sein. Ich versuch jetzt einfach mal... Ah, da kann ich rein. Oder? Nein, ich werd gekickt. Lol. Ähm, ja, kann ich rein. Komm schon. Ja, ich bin drin. Und jetzt kommen die ganzen Emerald-Premiums. Also dafür ist es natürlich cool, Emerald zu haben, weil... Ne? Und so. Ihr wisst Bescheid. Die anderen Leute können das noch nicht spielen, aber ich schon. Hehehe. Ähm, ja. Ich sollte mich jetzt noch irgendwie ein bisschen beeilen, dass ich auch... Ich wurde einfach nochmal für Clips oder so. Ähm, also ich sollte mich mal beeilen, dass ich das jetzt noch hier schnell rumbekomme. Weil ich hab, wie gesagt, 8 GB frei. Und ja. Ich habe nur noch 8 GB frei. Yeah. Ähm. Ähm... Oh, es ist einfach fast eine Full-Emerald-Runde, also... Da seht ihr mal. Emerald lohnt sich doch schon fast. Ich würd sagen, ich mach jetzt einfach mal kurz einen Cut, damit ich noch schnell was löschen kann, damit ich noch ein paar Runden spielen kann. Und würd einfach sagen, bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Ähm, ich hab jetzt mal ganz schnell ein bisschen was gelöscht. Und mir ist aufgefallen, dass ich jetzt... Ja, genug Speicher frei habe für diese Runde. Also ich würd trotzdem sagen, dass wir nur noch 1 oder 2 Runden spielen, weil irgendwie find ich das Spiel jetzt nicht so spannend. Also... Ich hab das Gefühl, dass jedes Mal dasselbe Muster ist. Also bei jedem Song ist es, glaub ich, dieses selbe Muster. Also, äh, also diese verschiedenen Muster. Und ich glaub, wenn man die verschiedenen Songs auswendig kann und dann relativ schnell ist, kann man auch gut in dem Spiel sein. Aber ich werd's jetzt, glaub ich, nicht so hart suchten. Ich werd so ein bisschen spielen. Und was ich cool finde, ist, dass da die Zahl... äh, die Zeit angezeigt wird. Das ist echt mega geil. Das ist mir von gar nicht aufgefallen. Und, ja, ich würd sagen, die zweite Runde war ja schon ziemlich gut. Mal gucken, was wir diesmal schaffen. Ich glaub, ich spiel einfach mal im F5-Mode. Und, okay, ich mach's lieber nicht, weil das ist mir doch ein bisschen zu schwierig. So, orange. Nice. Und da sind einfach schon direkt drei Leute raus. Ja, geil. Ähm, ich würd sagen, wir bleiben hier jetzt einfach mal ungefähr hier. Das dürfte eigentlich ganz gut sein. Oh, nein, da ist schon ne Dingsmuss. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit dazwischen ist, dass man, äh, neun Block bekommt. Weil, ein bisschen Zeit ist da, glaub ich, dazwischen. So, jetzt gucken wir mal, wie viele Sekunden. Also, ich schätze einfach mal... Ah, okay, es sind, na, 5 Sekunden vielleicht oder 3. Auf jeden Fall nicht zu viele. Auf jeden Fall, am Anfang ist es noch viel zu lange Wartezeit. Das ist, wie bei ihm, einfach viel zu viele hier. Ich glaub, das wird einfach nachher noch schlimmer. So, was ist das? Was ist das? Das ist sowas hier, oder? Ist das sowas? Ja, das ist sowas. Das ist die Farbe. Ja, nice. Es sind einfach vier runtergegangen, die gedacht haben, das ist die Farbe. Hab ich von aber auch gedacht, wenn ich ehrlich bin. So, was haben wir jetzt? Braun, 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 braun. Hier ist braun. Irgendwas ist grad... Ein Power-Up ist gespawnt. Ein Power-Up. Und irgendjemand hat das Power-Up bekommen. Anscheinend gibt's hier auch so Power-Ups, offensichtlich. Ähm, ist das das hier? Nein, das ist das hier, oder? Ja, das ist das. Nice. Und da werden wahrscheinlich gleich nochmal runterfallen. Und yeah! Also, irgendwie findet das Spiel jetzt schon ein bisschen witzig. Aber ich glaub nicht, dass es so viel Spaß macht. Äh, oh, Dunkelgrün ist hier. Und fällt noch welche runter? Fällt der runter? Fällt der runter? Fällt der runter? Nein. Okay, das Leben hat nur noch vier. Ähm, ja, mal gucken, was jetzt als nächstes kommt. Und... Was ist das hier? Äh, grün, grün, grün. Ah, hier ist grün. Nice. Oh, okay. Jetzt haben wir ihn alle geschafft. Hm. Mal gucken. Ob das jetzt noch was wird? Irgendwie find ich das Spiel irgendwie... Irgendwie find ich das Spiel irgendwie lustig. Aber irgendwie auch nicht so. Und jetzt fallen welche runter? Ja, okay. Nur noch drei. Ich bin in den Top 3. Oh mein Gott. Was ist los mit mir? Ich bin ja voll gut in dem Spiel. Ich glaub, ich werd das noch ein bisschen zacken nachher mit ein paar Freunden vielleicht. Eventuell. Das ist das hier, oder? Ja, okay. Okay, das mit den Dings sollte ich mal ein bisschen üben. mit den Farben, weil ich das nicht so gut erkennen konnte. Aber naja, wir sind jetzt nur noch zu zweit hier. Und hier ist braun. Okay, das war ein bisschen zu leicht. Ja. Ich bin immer ein zweiter geworden. Ich mein, hallo, was ist los? Zweiter geworden in der ersten Runde. Okay, das wird mit Sicherheit schwer. Äh, das ist das hier, oder? Ja, okay. Okay, kann das runtergefallen. Schade. Vielleicht gewinne ich das hier sogar. Das wäre richtig cool. Wobei, ich mein zweiter in der dritten Runde. Dafür, dass die erste Runde so schlecht war, ist das ja ganz schön gut eigentlich. Fällt da runter? Nein. Schade. Ähm, oh Gott, jetzt wird es langsam echt schwer, glaube ich. Das haben wir rot, 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 rot ist hier. Rot ist hier. Fall runter, fall runter. Nice, ich hab gewonnen. Oh mein Gott. Ye, ye. Ja, cool. Ähm, das ist gerade ein bisschen sehr laut gewesen. So, ich mach mal den Sound aus, oder? Ich mach mal so. Ähm, ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video jetzt soweit gefallen. Es war ein bisschen kurz, aber es war relativ aktuell sogar mal. Ja, ich werde es jetzt auch versuchen, direkt hochzuladen. Solltet ihr morgen sehen, also heute ist ja Montagabend und so und dann lande ich das halt hoch und dann seht ihr das morgen. So, da ist mir die Aufnahme auch abgeschmiert. Ähm, ja, ich sollte doch vielleicht ein bisschen mehr löschen. Na, auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wenn ja, denn, ähm, schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Hashtag, 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 Wie heißt denn das Spiel? Also, Wie heißt das Spiel? Ähm, Music Blog. Äh, schreibt einfach mal Hashtag, Wie heißt denn das Spiel? Ich hab's gar nicht gesehen. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, schreibt ihr bitte Hashtag Blog Party in die Kommentare. Ähm, ja, und ihr könnt mir von mir erst auch mal eure Kommentare zu diesem neuen Spielmodus da lassen. Ich finde ihn jetzt eigentlich ganz witzig, aber ich glaube nicht so zum länger zocken. Aber naja, das ist ja nur meine Meinung. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Hört rein und ciao. Outro